hallo ich bin thomas von fluggesellschaft.de das ist jetzt mittlerweile schon mein siebtes video zur corona krise und mein ziel ist es vor allen dingen reisenden und freunden verwandten von reisenden zu helfen der fokus liegt jetzt auf die rückholaktion des auswärtigen amts da beobachte ich ein flug ganz speziell und sehe dass es unterschiedlichste meldungen gibt es gibt manchmal auch veraltete informationen auf webseiten manchmal klingt es widersprüchlich und da habe ich doch verschiedene varianten gesehen die stelle ich dir jetzt vor und ich hoffe danach bist du schlauer stichwort aktualität die dinge ändern sich fast täglich deswegen sprechen wir heute über die informationen vom donnerstag dem 26.3 und freitag dem 27.3 zahlreiche länder sind in der liste und ich picke mir jetzt mal ägypten raus denn da ist erstaunlich dass man sich eigentlich nur per mail für dieses rückholprogramm anmelden kann und es werden in ägypten auch nur leute mit nach hause genommen durch das rückholprogramm die sich dort kurzfristig erst aufhalten oder urlauber sind da höre ich heraus dass langzeit urlauber oder auswanderer erstmal nicht berücksichtigt werden man sollte wenn man davon betroffen ist trotzdem versuchen dort mit der botschaft kontakt aufzunehmen aber in dem fall nur per mail mailadresse auf der zuständigen seite des auswärtigen amtes bei algerien ist es so da geht auch mail nicht da geht nur die telefonnummer versuchen durchzukommen auch die botschaften sind ziemlich belastet mit telefon anrufen und deswegen ja schlecht zu erreichen muss man versuchen auf bali in indonesien eine beliebte touristische insel ist es so dass man die rückflüge tatsächlich online buchen kann was ja für viele andere destinationen mittlerweile entfallen ist dort kann man also die flüge auf condo.com buchen und da gehen in den nächsten stunden und tagen flüge zurück nach frankfurt vor allen dingen wie ist es in mexiko da ist die variante so dass du die webseite rückholprogramm punkt de ansteuers dich dort einträgst und eine besonderheit die ich erstmal nicht so verstanden habe ist dass man sich gerne auch häufiger eintragen soll also nur einmal reicht wohl nicht oder ist vielleicht zu wenig es gibt reiseziele wie mexiko wo empfohlen wird sich mehrmals immer wieder das gleiche bei rückholprogramm punkt de einzutragen das ist dann immer name vorname e mail adresse kontakt also prüft das ganz genau dass eure e mail adressen keinen schreibfehler enthalten dass die telefonnummern mit der vorwahl plus 49 und dann der fortführungszahl zum beispiel 171 nicht nur 171 sondern 171 dort eingetragen werden dass man euch auch erreichen kann wenn jetzt ein flug kommt und dann seid ihr erreichbar und könnt auf dieser maschine dann nach deutschland zurückgebucht werden wie man das so herausfindet welche flugzeuge sind unterwegs habe ich in einem der vorgänger videos und beiträge erklärt wie sieht jetzt für dich individuell die beste lösung aus informiere dich zunächst mal auf der webseite deiner auslandsvertretung das zeige ich dir hier unter auswärtigesamt.de gehst du auf sicher reisen ihr reiseland und dann gibst du dort ein zum beispiel mexiko und findest dort alle informationen auch dann den link zur botschaft ja das ist hier alles dabei webseite der deutschen botschaft in mexiko die vor ort helfen dir in berlin ist die zentrale da wird es koordiniert aber bei der ausreise helfen die auslandsvertretungen vor ort die kannst du eben auch anrufen instagram geht auch da sind informationen zum beispiel heute für kuba oder was haben wir hier kamerun seychelles mauritius werden zusammengefasst el salvador namibia und bali hatte ich ja schon angesprochen auf twitter zum beispiel sind die informationen zahlreicher da kann man auch rückfragen stellen und kriegt eigentlich auch relativ schnell eine antwort ich weiß nicht ob bei instagram der account so gut betreut wird twitter ist auch auf jeden fall eine hilfe das sind die sachen lass dich nicht abwimmeln kümmere dich sei nicht zu passiv bewegt dich in richtung des flughafens vertraue keinen fake news achte darauf dass im internet viele informationen vielleicht von letzter oder vorletzter woche sind und damit schon längst überholt auch meine beiträge sind teilweise überholt guckt dass du dann nur das aktuellste material dir anschaust und das zu rate ziehst und dann wünsche ich dir jetzt einen guten rückflug so wer darf sich jetzt hoffnung machen und wo wartet man eigentlich auf nähere infos ich habe gesehen dass es in den nächsten tagen flüge gibt von bangkok und phuket beide in thailand colombo sri lanka dann hätten wir südafrika da sitzen viele teilweise auf kreuzfahrtschiffen das geht dann immer über kapstadt oder johannesburg informiert euch welcher der beiden flughäfen für euch relevant ist und eine möglichkeit bietet und macht euch auf den weg in diese städte wenn es denn geht es gibt ja immer mehr ausgangs restriktionen was haben wir noch seychellen guatemala das ist alles auf der liste und wo warten wir noch wir warten noch bei australien und neuseeland das ist ungleich schwieriger seit emirates oder et hat auch nicht mehr fliegen das ist ja erst seit zwei tagen und da muss die bundesregierung dann lufthansa oder wen auch immer chartern dorthin fliegen und euch zurückfliegen die strecke ist zu lang für einen nonstop flug deswegen muss man flugrechte prüfen unterwegs in tankstops einrichten und deswegen dauert so lange dass man von australien sydney vor allen dingen neuseeland das wäre vor allen dingen auckland jetzt noch nichts gehört hat aber ich weiß dass da im hintergrund daran gearbeitet wird die genaueren infos werden in den nächsten tagen veröffentlicht und das werde ich sobald ich das mitkriege dann hier auch wieder in einem beitrag verarbeiten das sind erst mal die infos ihr wisst wir in der tourismus branche verdienen gerade kein geld machen trotzdem weiter oder beiträge deswegen werde ich jetzt dazu übergehend geld zu sammeln und zwar für mich ja ich muss es machen keine einnahmen heißt mein business ist wirklich down und was soll ich machen ich werde über patreon.com da werde ich geld einsammeln der link ist hier auf meiner seite und so werde ich weiter die beiträge machen ja mal alle sagen bleibt gesund das wünsche ich euch natürlich auch und bis zum nächsten beitrag bis denn tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020